recht herzlich willkommen zur folge nr 72 von towns laden wir unseren spielstand und dann sind wir wieder im spiel so hier ist gerade der händler da pinky marschend märchend und er bringt uns ganz viele sachen die hier schon stehen mal gucken da kriegt jetzt nur irgendwie so grünen schleim roten schleim nach so da nicht sondern da alles klar ja 26 grüne schleime 30 rote und zweimal dreck gut dann hoffen dass sie das auch alle schnell dahin bringen damit auch glücklich und zufrieden ist und wiederkommen da fehlt noch ein stein und hier oben ist nicht wirklich weitergegangen oder naja wie sieht es mit den häusern aus beziehungsweise mit den zimmern hier ja da ist die wand auch schon ein bisschen weiter und hier fehlt überall noch gut wie sitzt unten aus hier ist ja nix dann noch etage tiefer da ist es ja da wollen wir schauen wie weit ist es denn hier weiter irgendwo ein durchbruch da liegt noch immer jemand und verwest da ist auch noch nichts passiert da ist die kohle auch noch nicht abgebaut und er sieht nicht so aus als ob hier groß was passiert ist ein bisschen doof da ist auch nicht hier wollen wir auch durch geht auch nicht da ist schon was passiert ein paar steine weggekloppt hier wollen wir auch durch davon passiert aber auch nichts ja gut aber kupfer naja hier ist eisen da sind noch zwei eisenbrocken da was macht die denn jetzt das wirst mich mal gerade interessieren da ist noch mehr kupfer geht weiter durch wo geht die hin grünen schleim holen wahrscheinlich oder roten eins von beiden grün gut macht nur die das oder machen das immer auch noch hier ist natürlich der rote schleim ganz nah und da ist die treppe anderen grüner schleim ist wahrscheinlich nicht in der nähe naja ok gehen wir wieder hoch schauen wir weiter was war hier unten noch angeln angeln ist top was heißt da liegen noch äpfel rum haben wir schon alles geerntet nicht alles da ist auch noch was das muss noch geerntet werden ja und hier passiert auch nicht so ganz so viel schon ein bisschen doof wie viel ist denn da jetzt drin 21 30 da hat sie nichts groß getan obst geerntet und wird gegessen ok gehen wir aus dingens essen wo es essen essen ganz oben und dann ist klar machen wir das mal auf 10 das mal auf 15 das war da dann sind wir hier noch möglichkeiten haben wir auch auf 10 beim backen machen wir das gleiche 10 für die kuchen das brot machen wir sogar 15 das machen auch auf 10 und die verdoppeln wir mal gerade hier und hier haben wir auch noch was oder hier oben 10 omelettes hier sind die omelettes 1 zu viel gut die oben noch häuscht frau leisch da noch zwei dann haben wir das auch kochen hatten wir gerade naja genau dann sind wir damit durch wappen brauchen wir jetzt nicht gucken gucken wir weiter was sind wir ja rechts noch wenn wir bauen könnten wir rein theoretisch klar aber es ist irgendwie alles nicht so doll ich würde gerne mal die blauen zonen wirklich weg haben aber man baut immer wieder in der immer wieder was neues und da sind nur noch fünf stellen frei 14 ist da einer zugekommen oder so durchschnittliche happiness das ist auch ein bisschen schlecht mit 20 die müssen wir happier machen wir nehmen wir denn mal hier change on expand personal delete effekt drink 28 ist sie zufrieden jetzt die frage da steht auch nicht irgendwie was der gefallen könnte oder sowas könnte ja auch ein bisschen fröhlicher sein oder so aber das ist alles nicht so toll was macht ihr unser das war auch noch nichts passiert wenn man wüsste warum die jetzt nicht so glücklich sind dann könnte man noch ein bisschen mehr machen was könnte man mehr machen das ist die frage der kriegt grünen schleim immer wieder wie weit ist es noch elf das andere sind immer noch 30 krass machen wir ein bisschen schneller hier so was haben wir denn alles für möglichkeiten hier was ist also eine knochenwand sandball da auch noch mal ice wall bringt uns alle nix glas wall clay brick wall das hier ist boden sozusagen was soll man da machen das ist die frage könnte schön schicke hecke machen hier laufen näher zu den äpfeln lassen doch mal hier so ein stück hecke machen mal gucken wie das aussieht und weiterhin ja da gibt es so viele sachen das ist das ein palisaden kann man dann bauen oder wie heißt das Dekoration Outdoor Bonsai Tree Bonsai Tree Silber 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 brauchen wir dafür haben wir nicht haben wir nicht Gold haben wir glaube ich auch nicht haben wir nicht ja was machen wir da setzen wir da mal einen von denen hin vielleicht wird er ja auch mal gebaut können wir mal hier rein machen ne ja weiß ich auch nicht wollen wir den da wirklich hin machen ja komm hier ein troll hat haben wir nicht weiß nicht weiß nicht ob wir da einen zweiten von haben wahrscheinlich auch nicht teich muss in der nähe vom wasser sein alles sehr schön aber irgendwie nicht jetzt effektiv da fällt da muss man hier noch ein paar mehr machen eigentlich oder ja so haben wir noch ein paar mehr aufgegeben ja wir wollten doch nicht ey ach das ist doch alles doof immer wieder noch was Neues bauen noch was bauen das ist eine Sucht ist das da sind noch ein paar schicke Sachen jetzt dazu gekommen wie sieht es hier aus aber die grünen Schleime sind weg und hier sind schon neune von da na dann sieht ja ganz positiv aus ne ich mach das mal weg hier da hat er noch einen gekriegt hier der Tisch ist auch noch nicht gebaut worden da gab es auch wieder einen 19 immer mal unten gucken ob da was passiert aber hier wird wahrscheinlich nur der Schlamm ne da pickt irgendwo einer aber wo das ist hier die Frage da läuft ein Held rum oder da ist ein Durchbruch da auch ja wo läuft der hin einfach weit irgendwo hin ne wo geht es weiter da lang hier lang nein da lang jetzt hat er Hunger und geht wieder hoch alles klar stellt sich dann die Frage wie wichtig das alles ist dann mal schön viel Wasser da pickt irgendwo wieder einer da sind ja jetzt 18 ne das ist ja sehr interessant ganz viele dazugekommen die müssen wir mal flottig ausrüsten ne na super das hat wieder gut geklappt den und den und den und den die 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 und die zwei drei vier fünf schuhe haben wir ganz schön viele oder was gut ach so eine waffe können sie auch noch haben alles klar da machen wir mal reichlich auf ein bieter klapp zack der ist auch gut das geht auch damage 364 300 276 und wie bleibt der hier ach 56 mal gerade 587 das ist schon hoch 587 das ist noch besser haben wir schon ausgewählt für einen ich glaube ja oder aber hier ist noch 599 ich glaube die haben wir noch nicht ausgewählt die Eisenachst gut und dann war noch jemand der braucht auch noch was das ist beide red boots und iron boots was nehmen wir denn da nehmen wir die die haben den besseren defense wert ich glaube die haben wir alle gucken wir weiter wie viele zimmer haben wir denn zum schlafen haben wir 18 zimmer wo sind wir denn jetzt hier auch so da ist es 1 5 10 ja 20 25 immer oder so also genug raum um das wir die alle schlafen lassen können gut wie weit ist der jetzt mit seinem handel noch einen grünen schleim dann war es das ne grün nicht sondern roten und der hat dann und jetzt geht er weg wunderbar ist der dingens ist auch schon weg nein er ist immer noch nicht weg aber den da raus haben sie geholt da haben wir ja relativ viele jetzt das würde auch bedeuten dass wir auch mehrere sachen machen können ja da wird gekocht da wird gebacken aber es wird auch immer gegessen ob es nicht so ich wollte nicht und das kräume ich wollte hier gucken da ist aber noch nichts die treppe da ist auch noch nicht fertig hier haben wir eine mauer aber schon ein stück weiter und da auch ne wir werden jetzt aber auch keine mauer noch dazu bauen ne was ist das für einer ist das ein hero das habe ich auch noch nicht verstanden mit dem vieh hier kommt man auch nicht dran ne wer ist so fix unterwegs da na ja egal gut da ist ein stein falsch warte mal ab was mit dem passiert oder eigentlich müsste der umgesetzt werden die sachen hier die werden jetzt auch nicht beachtet könnte man eigentlich auch da oben hinstellen hier rein ja der schläft hecke ist noch nicht passiert hier unten irgendwas interessantes ich glaube auch nicht das einzige was wir machen könnten wir können auch mal wieder eine etage tiefer picken machen wir mal hier dick leder aber da kommt jetzt keiner dauert ewig bis da einer kommt wahrscheinlich irgendwo anders wird aber gepickt das ist doch schon mal was ich dachte jetzt geben wir jemand und macht das wo geht die hin wo geht die hin baut die da was ab aha sehr interessant ein und jetzt geht es wieder weg auch super toll so richtig logisch ist das nicht ne da hinten geht auch noch irgendwo einer hin was macht der gibt es hier noch was zu buddeln na ja nicht wirklich ne ach der geht von der seite dran ist ja wahnsinn ne gut dann können wir gerade mal schnell hier nächste reihe ziehen das gleiche gilt natürlich da auch gut wird ein bisschen dauern bis sie da durch sind wenn ihr immer so ne peu a peu kommen nur aber was will man da machen so ist das spiel halt und gehen sogar hier wieder hin das ist eine große runde hat er den stein jetzt geholt ne naja gucken wir nochmal nach oben gerade hier ist nichts passiert die sachen sind immer noch da gut ok dann würde ich erstmal sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr in der nächsten folge auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss